Die Kunst- und Kulinarik-Festspiele finden heuer von 23. Juni bis 30. August auf der Burg Golling statt. Das diesjährige Motto lautet, dem Geschmack auf der Spur. Heute liest Katharina Steenberger aus Isabel Allendes Buch Aphrodite. Begleitet wird sie vom Quintett Tango des Salons. Wir freuen uns, dass wir heute das 24. Jahr unsere Festspiele hier auf der Burg Golling veranstalten. Heute ist ein besonderer Abend. Es geht hier um Liebe und Erotik. Und zwar liest hier Katharina Steenberger eine Feier der Liebe. Und begleitet wird sie vom Ensemble Tango des Salons. Eine großartige Musik, die das wunderbar begleiten wird und wir freuen uns alle darauf. Es wird die Leute hoffentlich ein sehr lauschiger Abend erwartenswert erholen. Großartige Musiker und Musikerinnen, die leidenschaftliche Tangos spielen. Und ich werde dazwischen Geschichten erzählen über die Liebe und die Lust und über das Kochen. Und wie wichtig Geschichten für einen gelingenden erotischen Abend sind. Und die sind mindestens so wichtig wie das gute Essen. Und die Isabel Allende hat da ein Buch geschrieben, wo viele unterhaltsame, aber auch sehr berührende Stellen sind.